So, jetzt kannst du bei Resen gehen, ne? Nee, ich wechsle wieder zur Inkbox, weil... Fick dich nicht. Ich wechsle wieder zur Inkbox, weil... Ja, okay, sorry Nils. Fick dich, Reni, du bist der größte Hure. Hallo, oje, was geht ab? Heute ist wieder mit dabei, Kilian. Und wir spielen heute einen Auslöser. 100 Tage. Und ich habe 1 HP verloren. Ich weiß nicht wieso, aber ich hab's. Ich würde sagen, Survival-Mode, oder? Ja. Okay, es ist wirklich 1 Block. So langweilig. Oh, ich glaube, es ist ein Predium. Oh, was? Ja, ich habe 1,000 bekommen. Oh, Upgrade. Ah, hier kann man die Nacht überspringen. Ja, klar. Ich habe nochmal 1,300 bekommen. Ich krieg gar keine XP, Mann. Wird so der Scheiß. Oh, Mann, würden die fucking Holzdingen zwingen müssen. Die Holzdingen fallen so richtig komisch da raus. Was? Komm mal, Fredrik. Ich guck mal. Ja, guck mal. Mach mal. Dann nochmal eine Plattform runter. Activate Emotes in this area to get. Savage. Aha. Ah. Okay. Okay. Interessant. Hier hüpft irgendwo ein Frosch rum. Ich bin mal im Storage, ne? Ich brüge gerade einen Mord zu. Weil ich bin Goku. Das war einfach. Die kam gerade ein Zombie raus. Also, ich habe jetzt 20 Malachie, weil hier einfach Lamas waren. Was war? Ich habe auch 4 Meat. Ich könnte 4 Meat gegen 1 Malachie-Tor tauschen. Aber das ist ja Schwachsinn. Ich könnte entweder eine automatische Timberprozessor aktivieren oder ich könnte die Minen anlocken. Die Minen, I guess. Ich muss mal wiederkommen. Das mach. Ich habe gerade 8000 XP bekommen. Ja. Das gibt Archivements. Da gibt es ja. Das gibt Archivements. Tame a wild boar. Tame a wild wolf. Tame a wild raptor. Tame a wild raptor. doch so wie in alle anderen drauf springen dort mit fleisch ich kann es auch einfach Ah, warte, vielleicht, äh, ey Misty. Äh, Fahlezeichen? Ich hab hier nen Schrein gefunden. Wie nen Schrein. Ja, komm her. Ah, ja. Hab ich irgendwas davon? Nö. Auge des Sturms? Was? Warum Sturm? Kommt Sturm. Kommt Sturm. Ja, ich sag grad ne Nachricht vor wenigen Jahren. Drei Tage, wenn du nicht schläfst. Und dann kommt der Sturm. Ah. Wie, wenn du mindestens sechs Tage manchmal nicht schläfst, kommen die Phantoms. Okay, jetzt haben wir den Timer reset. Was ist eigentlich dieses 16 von 100, Alter? Wahrscheinlich 100 Zombies, ne? Mhm. In Bunde genommen. Könnten wir Fallen holen. Und dann haben wir ihn rettet. Die werden die Fallen hier so nen Weg aufbauen bei den jeweiligen Dingens. Spawnern. Ich glaub, dann sollten die eigentlich auch schon spawnen. Ich hab auch mal den One-Block eingebaut. Ist auch voll der One-Block hier, aber naja. Ja egal, nachdem du dich eingebaut hast, ist das auf jeden Fall ein One-Block. Ich glaub, ich hab grad der letzte Sturcaster bekommen. Ja, ich hab den letzten Stuhl bekommen. Noch den anderen Stuhl bekommen. Ich hab den letzten Stuhl bekommen. Hier und ich hab den letzten Stuhl bekommen. warum wichtig schaden ich hab einen tic schaden ich bin mal gespannt was hier passiert du sprengst unser scheiß in die luft wenn du das machst ich weiß ich sehe das zählt nicht das zählt nicht das zählt nicht hol dir welche mit holz die holz holen dann bobs ab das viel will ich haben er ist dumm er ist dummkiger, der kommt nicht hoch zu dir. Du bist safe. Kills im Megaboo, alter 33 xp? 50.000 xp? 53.000 xp? Digga, ich hab grad dreimal, ich hab grad zweimal 20.000 xp bekommen. Was zum Fick? Kann gar nicht mehr höher gehen. Ja, warum auch immer. Ich geh mal schlafen. Wobei, nee, jetzt haben wir eh wieder drei Tage, ne? Ja, da nimm du mal die Kippred Minigun, ich behalte mal die andere. Warum kriegt man 100 Munition von den Stummelderschiss? Aber nur... 50... Nee, nicht Überpunkt. Nee. 30. Nächste Zombie-Panik, wach? Gut, Mechel. Ne Donnerschrotze. Ich verliere kein Leben mehr, by the way, ne? Hast du denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung, seitdem der Sturm weg ist, verliere ich kein Leben mehr. Ich weiß nicht mehr, wo bis ich es Leben haben estava. Das ist, die da kriegt Leben verloren. Ich krieg die Ganzheit eigentliche Leben. Du kriegst dazu? Oder was? Nee, ab. Wow... Ich nicht. Natürlich. Das bin ich. Klapp's mal fett. Gut, die automatische nehm ich immer mit. Da hab ich keinen Bock auf die Spass. Guck mal, ist die Regen-Animation weg. Der Regen war doch nicht weg. Ich hab nicht meine Regen-Animation. Ich hab so oft gefailt, wirklich. Das ist so dumm. Ich bin so oft gestorben. Und das, obwohl ich das Spiel vorher schon auf 100% durchgespielt hab. Ähm, ich hab hier unten was gefunden. Found the Enchanted Cube. Luck. Doubles the number of items you get from the... Keine Ahnung was. Aber hierfür sind diese ganzen Teile, die wir haben. Maximal Health auf 200 und maximal Shield auf 200. Ja, hol ich mir. Moving Speed 100% Äh, unten. Ganz unten. Da war noch was. Working Speed mach ich auch hoch. Ja. Ich hab das noch kaputt gegangen. Wer hat's mit aber nur für dich, ne? Ja. Ah, ich kann nur einen Perk haben. Entweder mehr Leben oder ich bin schneller. Das ist die Immortal Lama. Let's you keep your items after your beaten. Done some research on chickens. Und das ist Fragezeichen. Ja, dann mach ich mir. Dann hol ich mir mehr Leben. Das ist ja, also, das ist ja easy. Ähm, wie viele Punkte hast du? Weil dann können wir uns hier diese... This book is one of the power of the cube. Ich hab grad zwei angemacht. Gerade weg. Ich hab ihm mehr Leben gegeben. Ich hab das hier angemacht. Ah, ja. Hm. Aber wie soll ich halt... Die nächste Nacht kommt hinten. Also ich hab jetzt auf jeden Fall hier unten mal so ein Ding gebaut. Das sollte ja auf jeden Fall ein bisschen was bringen jetzt bei uns. Ja. Ich platier jetzt hier oben einfach mal alle Fallen die ich hab, ne? Ja. Ich würd' ich zuerst die Preise beboten, wenn ich da wo die Haufen spawnen. Weil da wo die Haufen spawnen. Weil da wo die Haufen spawnen, muss ich sagen. Und genau. Ja, wo wir... Mal schon aufpassen. Ja, ich konnte von den Darttraps von den... Ich konnte von den normalen Trips 10 holen, von den Darttraps irgendwie 50. Wollt schon wieder dann? Nice. Nice. So, jetzt kann ich zumindest bei zwei Orten nicht runterstecken, wenn ich hier fertig bin. Bei den Darttraps kriegen die halt über Zeit Schaden. Das ist halt irgendwo teilweise echt beschissen, aber... Ist in Ordnung, sag ich mal. Ja. Genau. Welche Metz hast du? Äh, ich hab 1300 Steine und 200 Metall. Machst du gleich weiter raus? Nichts. Okay, das ist eigentlich... Ich hab's... ... im Grunde... Ah, wie? Ich hab's... ... in Ordnung, äh... ... in Ordnung, äh... Ich hab's... naja wir müssen ja einfach die kunden wir müssen sein diesen bildschirm die sind wirklich einfach dumm was die gelaufen den gang lang diese idiosen er hat das ganze ist vergessen die nacht ist gleich um müssten wir ein paar sekunden durchschalten die die Warte? Hä? Doch doch ist da Digga man kriegt halt 10er Ticks ne Da ist auch vorbei Ah ok, die Perk hält also für immer Lama muss ich nicht jetzt mal neu holen Okay, eine Perk hält für immer die andere, zwei Perks halten für immer die Resten, dann muss man halt wieder neu holen Ja, deine Waffen sagst du so weg, ne? Ne, Waffen sind nicht weg Alles da Muss halt jedes Mal Lama holen Wenn du Waffen behalten musst du Hast du so Sachen deleted? Ne Da oben auf einmal weniger Sachen Wieso kann ich mich hier beim Busfahrer bedanken? Äh an der Seite An der... Andere Seite Hast du zwei... Hast du noch ein zweites Mechanikteil zufällig? Na... Ja, aber das muss dann jeder von uns machen So, einmal das hier Hast du noch einen im Metallband? Oh, das wollte ich jetzt nicht Mann Ja komm, ich stell dir das jetzt einfach da hin, so Ja, komm ich stell dir das jetzt einfach da hin, so Ja, hier ist dein Ich hab jetzt einfach mal in den Boden die Magicalteile reingeklatscht Ach so In das Heildinger So, ich geh mal gerade unten gucken, was noch an der Cheapment ist Na mach Äh Oh, da ist noch ein Battle Royale Jetzt sind alle Battle Royale da Ich geh auch mal an Ich geh auch mal an Ich geh noch mal an einen Auch mit dem Job Du gieriger Schmierlappen Wahrscheinlich hab ich eben meinen einfach verpasst Ich wunderte, dass ich die ganze Zeit ohne Controller spiele Frederic Wahrscheinlich war du hier klein, weil wir hier beim Battle Royale spielten Caught a fish Ich bin unseren Boden am verbessern Das ist besser Ich brauch mehr Metz Das ist so cool Hallo Frederic Das Das sind die Flüchtlinge Perfekt Ich hab by the way 100 Aschen Eigentlich könnten die dann den Scheiß-Voip anlassen Echt? Ehre Ich hab ja nicht gedacht, dass wir so lange Zeit in einer Mütze bringen Ich hab ja auch nicht gedacht, dass die mehr Ja, wir wollen ja immer alle zu Ende spielen, haben wir ja gesagt Ja Ich mein, entweder ich cutte die Entweder ich cutte die Kacke halt in einen Part rein Oder ich mach irgendwie zwei oder drei da draus Weil wir haben, wir können ja in so einer Serie immer noch kleine Miniserien machen Ist das korrekt? Ah, die Waffe doppelt sich Das heißt, die Waffen sich doppeln jetzt an die gewisse Reihenfolge an Waffen, die wir bekommen Und das heißt halt, es riecht nicht Das kann ich auch irgendwann mal in die Bebe werden Das ist sehr gut, bitte Das ist echt cool, bitte Leid es ist eben wie hier der Blutdruck kommt diesmal ist es sogar eigentlich... Keine Ahnung, ich hab's auf jeden Fall aktiviert ja eigentlich braucht man keine Waffe außerdem, wenn Strahler so ein und her hat, ne? Oh wir sind in der anderen Welt Ah man sieht, ob wir andere Materialien sind hat sich irgendwas verändert? Jo, der Himmel vielleicht kann es jetzt kein Tag und Nacht mehr werden, ne? das wäre nicht schön aber wenn ich... oh 45 fucking fein 45 fein das reicht für ein ganzes Leben das reicht für ein ganzes Leben was machst du denn jetzt? ok, die ersten Archive... ja, ich gucke, ob ich den Scheiß wieder ausschalten kann oh ja, wird raus was? Killed Ghost Shrider? was? ok ich hab grad verschieben und nicht gemacht, dass ich Ghost Shrider gekillt habe ok, kannst du auf die Teile... du kannst auf die Teile hier noch fallen blasen? ja geil hab ich eben herausgefunden also im Grunde genommen können wir alle Zombies hier runter trocken lassen ja das ist doch ja da äh das ist ja wieder flessig ah nein ich hatte in der Party schon äh ja ja gezockt wieder? also ich sehe da unten nichts bei dir bin ich ehrlich wie tief muss ich runter und wie ich es wieder sehe ich sehe es vielleicht ist es so ein lama ding wie ist ghostrider er hat raketen nach mir geschossen hä was ja wo bist du denn runtergegangen kein plan also ich habe das erschienen schon als ich ihn getötet hat angeblich aber das mit dem grubler ist trotzdem ein bisschen wie schön alles abgesichert hier wird jetzt automatisch dauerhaft holz gedroppt hier bei der holz waren das job jetzt einfach automatisch dauerhaft holz das ist richtig cool hier ich bin gleich wieder da ich bin zum dritten hier steht der einfach wie 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 die 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 Gold das Lama Ding Let me fly weil das mit dem Grablauer habe ich keine Ahnung wie ich das machen will Schichtschichtschicht vielleicht meinen die ja auch einfach das eine Teil davon dazu den äh haponierer mein ich das wird da nicht angezeigt oder so keine Ahnung testen wir jetzt einfach Oh ein Rotungstürmgewehr? oh 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 Das war's. 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 Das war's.